Die Leute reden über einen Mann aus der Wüste. Die einen sagen, er ist ein Geist. Die anderen sagen, er ist aus Fleisch und Blut. Ein maskierter Mann. Ein Lone Ranger. Wenn wir zusammen reiten, reiten wir für die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, was ich suche. Kim Osanel. Warum solltest du hierher zurückkehren wollen? Heimweh. Ihr wollt weg? Ja. Nein, wollen wir nicht. Doch. Nein. Doch. Halte die Klappe! Doch. Nein, ich will. Doch. Ja. Die Klappe! Wir Pil Michael! schön irgendwie, Untertitelung des ZDF, 2020